hallo ihr motorrad verrückten heute zerlegen wir gemeinsam den vergaser der kawasaki zx 6 r und zwar haben wir ganz speziell auf dem tisch das modell zx 600 baujahre 2000 und 2001 bevor es losgeht schauen wir erstmal was wir an werkzeug benötigen ich habe hier einen kreuzschlitz schraubendreher in der größe jist 2 jist dreher findet ihr auch in der video beschreibung verlinkt wenn ihr den nicht habt nehmt ihr bitte ersatzweise einen in der größe ph 2 dann habe ich hier verschieden große schlitzschraubendreher auf dem tisch eine kleine kräftige taschenlampe eine kleine flachzange eine kleine spitzzange und gabel ringschlüsse in 8 14 und 21 millimeter sowie ein silikon ein wichtiger hinweis noch bitte schau auf alle fälle einmal kurz in die video beschreibung sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im nachhinein zu deinem vergaser noch eine info ergeben kann ich das dort nachtragen außerdem findest du in der video beschreibung eine mailadresse von einem profi zu dem du deinen vergaser zur ultraschallreinigung schicken kannst weiterhin wird gern gefragt verdient der vergaser onkel denn eigentlich geht damit das ist das coole wenn du mit den affiliate links die reparatursätze aus der video beschreibung kaufst unterstützt du unseren kanal beim erhalt und beim wachstum außerdem einen shop mit schneller lieferung und mit fantastischen bewertungen so leute zum anfang mal noch ein bisschen was zur erklärung es ist möglich dass ihr dieses teil hier an eurem vergaser nicht dran habt dieses modell gibt es sowohl mit als auch ohne schub abschaltung das ist eine schub abschaltung seht ihr nachher bei der demontage was die macht und wie die funktioniert dazu noch ganz wichtig schaut mal das gibt es hier mit so einem grauen stecker ja und dann gibt es auch noch mit braunem stecker die mit dem braunen stecker gehören auf die beiden inneren vergaser und die mit dem grauen auf die beiden äußeren und noch einen tipp bitte denkt daran die vergaser voneinander zu trennen ja baujahr 2000 und 2001 heißt ja wir reden über ein motorrad was auf alle fälle schon über 20 jahre alt ist ihr habt hier in der mitte dieses t stück wo der kraftstoff zufließt hier sind solche dichtkappen drüber da wenn man da hinschaut sieht man auch schon dies ein bisschen gerissen auf der linken seite also ist nicht die schlechteste idee das mal zu tauschen ja danke sehr und zwischen vergaser 1 und 2 und 3 und 4 sind hier diese alu röhrchen mit den o-ringen drauf und die sollten natürlich auch irgendwann mal erneuert werden ansonsten macht ihr euch die arbeit revidiert den vergaser und hier wird er dann irgendwann und das wäre sehr sehr schade also bitte die vergaser bank auch voneinander trennen um das hier auch gleich mit zu regeln ja leute dann können wir loslegen und zwar das lege ich kurz beiseite benötigen wir als allererstes den 22 entschuldigung 21 mm gabelschlüssel und damit könnt ihr hier und ich sage euch die sind sehr sehr fest dieses dieses schub abschaltventil hier abschrauben und ich habe das so gemacht nachdem sich der erste millimeter gelöst hat habe ich hier silikonspray an diesen kleinen entstehenden spalt angesprüht dann saugt sich das dort so schön rein ja und dann geht es leichter warum geht das so schwer erstes natürlich weil es ab werk sehr sehr fest geschraubt ist und das zweite warum das so ist zeige ich euch hier sitzt selbstverständlich zum abdichten ein großer o-ring dran und der klebt natürlich im laufe der zeit an und wie gesagt wenn ihr den ersten millimeter gelöst habt und hier ein bisschen silikonspray rein sprüht dann saugt sich das durch bis an diese stelle und dann rutscht er einfach leichter dort über das material und ihr könnt das ganze bauteil leichter abschrauben gut das legen wir beiseite denn das soll natürlich nicht mit ins ultraschallbad und jetzt machen wir hier direkt weiter mit dem joke wir legen los mit dieser kleinen feder die hier noch extra verbaut ist und zwar nehme ich jetzt hier die spitzzange und hake die feder hier aus so hier und hier zack legen wir die beiseite und dann gibt es hier 1 2 3 schrauben das ist richtig so dass hier kein ist ja braucht euch also nicht wundern es sind immer zwei an der stelle wo der bodenzug eingehängt ist und eine sozusagen an an der anderen stelle an der gegenüberliegenden stelle hier drunter liegen jeweils liegt jeweils eine kunststoffscheibe also schrauben rausschrauben mache ich jetzt und dabei auf diese kunststoffscheibe achten dass ihr die nicht verliert so nummer eins nummer zwei und nummer drei so schräubchen sind raus und jetzt könnt ihr diesen schlitten hier nach oben abnehmen und wie gesagt dabei bitte auf diese drei scheiben achten die lege ich einfach mit dazu die werden also benötigt damit das hier ordentlich gleiten kann ja so dann benötigt ihr theoretisch den 14 mm gabel ringschlüssel um hier diesen sechskant zu lösen wenn ihr wie ich das euch empfohlen habe die vergaser voneinander getrennt habt kommt ihr da auch besser ran ja jetzt ist für mich hier noch dieses halte element für den bodenzug davor ich nehme jetzt hier einfach meine spitz zange und löse diesen sechskant und dann wird es hier ganz heraus geschraubt wie gesagt ihr kommt ja dann deutlich besser ran wenn ihr die voneinander getrennt habt ansonsten falls der vergaser kürzlich erst getrennt wurde und die dichtung für den kraftstoff frisch sind kommt ihr bei diesem vergaser auch ohne zu trennen an alle cho kolben heran das nur mal als info so und dann wird der cho kolben hier herausgenommen so sieht er dann jeweils aus und wir machen jetzt mit dem schwimmerkammer deckel weiter der schwimmerkammer decke ist hier mit 123 kreuz schlitzschrauben verschraubt die löst ihr schraubt sie ganz raus und dann geben wir den deckel ab dazu habe ich dann gleich noch eine wichtige info so leute die info wenn ihr die schub abschaltung nicht verbaut habt also hier dieses elektromagnetische bauteil nicht dran ist bei euch dann geht jetzt der deckel leichter ist es verbaut so wie hier dann muss man hier vorsichtig ein bisschen bewegen woran liegt das das zeige ich euch jetzt und zwar sitzt hier bei dieser variante der düsenstock der hauptdüse in dieser bohrung und kommen wir bitte mit rüber und der hat hier außenrum einen o-ring das heißt also die hauptdüse bekommt nur aus dieser kleinen öffnung sozusagen ihren kraftstoff und in gewissen fahrzuständen dazu machen wir dann noch ein extra video und das verlinken wir euch auch in der video beschreibung wird dann hier geschlossen das heißt also wenn es hier eingeschraubt ist das sitzt dort ja dann wird diese kleine nase elektromagnetisch dort unten in die öffnung herein geschoben vielleicht kann ich schon mal ganz kurz so zeigen ja man sieht es dass dort alles gut dass dort quasi von euch aus gesehen jetzt von der rechten seite ein loch drin ist und das wird also verschlossen wie gesagt wir machen dazu noch ein extra video und damit dieses ganze system funktioniert zu diesem zweck ist also hier außenrum auf dem düsenstock ein ohrring und deswegen geht der deckel eventuell ein bisschen schwerer ab ja so den lege ich jetzt beiseite und wir machen hier direkt weiter mit dem schwimmer der schwimmer ist hier gesteckt auf einem kleinen stift ok ich habe ja schon mal vorbereitet mein kleines werkzeug das einfach der draht einer büroklammer ein haken dran gebogen das nämlich normalerweise um bei der leerlauf gemisch schrauber ein bisschen nachzuhelfen zeige ich euch später aber das geht auch hier gut ja habt ihr gesehen ich habe also den kleinen stift ein wenig hier heraus geschoben und nehme meine spitzzange und zieht ihn jetzt hier raus so das ist der das sollte sehr sehr leicht gehen und dann könnt ihr auch schon den schwimmer hier nach oben herausheben am schwimmer hängt hier die schwimmernadel und die könnt ihr die hängt hier mit diesem kleinen drahtbügel und dann könnt ihr die hier einfach nach vorn herunterschieben hier ist so ein kleiner freiraum ist ein bisschen platz und da kann man die abnehmen so schwimmer beiseite legen schwimmernadel ebenso und dann kann hier der schwimmernadelventil sitzt das ist dieser demontiert werden dazu müsst ihr diese kleine schraube mit dem breiten bund hier herausschrauben die hält den schwimmernadelventil sitzt sozusagen fest in position und dann nehmt ihr hier eine kleine zange bisschen drehen eventuell oder es ging sehr sehr leicht ist also der ohring auch nicht mehr der beste wenn es sehr sehr schwer geht in diesen zeige ich noch mal ganz kurz in diesen kleinen spalt hier ja hier also zwischen gehäuse und dem bauteil selbst auch ein bisschen silikonspray rein meistens ist es der ohring der sich sozusagen dort festgebacken hat so damit haben wir also das schwimmernabelventil draußen und jetzt gibt es hier noch den düsenstock der hauptdüse da überlasse ich es jetzt euch schraubt ihr die hauptdüse aus dem düsenstock heraus dann bitte mit dem 8 mm gabe ringschlüssel festhalten einen gut sitzenden schraubendreher nutzen und hier die düse selbst lösen zu den hauptdüsen noch ein wort bitte schaut nach dieses modell hat meines wissens innen und außen also vergaser 1 und 4 und vergaser 2 und 3 unterschiedlich große hauptdüsen und zwar ist es bei der so dass die größeren in der mitte sitzen und die kleineren jeweils außen so jetzt nehme ich also hier den 8 mm gabel ringschlüssel löse den düsenstock schraube den heraus und ich zeige euch nachher noch warum ich jetzt die hauptdüse noch nicht raus geschraubt habe bitte sehr haben wir das und jetzt haben wir hier noch die leerlauf düse das ist diese die wird ebenfalls gelöst und heraus geschraubt so schaut die aus und dann sind wir hier auf dieser seite fertig und machen oben mit dem unterdruck deckel weiter so der unterdruck deckel ist hier festgeschraubt mit diesen 12 kreuzschlitzschrauben die schraubt ihr locker und ganz heraus und halte dabei bitte so wie ich das hier mache den deckel mit dem daumen oder mit einem finger fest denn hier drunter sitzt eine feder so freunde die beiden schrauben sind draußen und jetzt könnt ihr den deckel hier vorsichtig nach oben abnehmen ob die so viel spannung hat die feder jetzt nicht aber ich halte das eben immer fest dass das hier nicht unkontrolliert auseinander hopst so das ist der deckel hier haben wir die feder die steht hier nur lose drin die könnt ihr also einfach herausnehmen und dann können wir schon den schieber mit der membran nach oben herausnehmen und zwar fasse ich hier hinten rein auf der seite des luftfilters und schiebe den schieber hier nach oben das kann sein dass der rand der membran hier in der nut vom vergaser gehäuse drin klebt also macht da bitte vorsichtig bitte keine spitzen werkzeuge verwenden um die membran nicht zu beschädigen schieber raus dann ganz wichtiger hinweis noch hier liegt ein kleiner o ring den macht ihr natürlich dann bitte auch neue ist im reparatursatz enthalten so den lege ich hier beiseite und jetzt brauchen wir die kleine flache zange und wenn ihr da mal her reinschaut da gibt es so ein graues bauteil und das wird hier gepackt und mit ein bisschen bewegung hier herausgezogen so sieht das aus das ist also ein kleiner stopfen mit einem o ring auch diese aus dem reparatursatz enthalten und dieser o ring sitzt hier im schieber so in einer kleinen kunststoff nut und hält darin fest die nadel also die teillastnadel mittels einer feder moment ich lege euch das mal so hin so gehört das hier also alles zusammen natürlich die scheibe liegt jetzt hier drauf ja und darauf sitzt dann die feder und dann dieser stopfen das ist also die teillastnadel mit ihrem clip und dieser kunststoffscheibe hier drunter hier haben wir den schieber die membran lässt sich hier ganz leicht entfernen wenn ihr den schieber mit ins ultraschallbad legen wollte dies also hier nur sitzt hier nur in dieser nutrenne membran schaut ihr euch bitte gründlich an ja auf beschädigung untersuchung wenn sie beschädigt ist ein riss hat oder ein loch dann bitte natürlich auch ersetzen ja wenn sie geknickt ist dann fängt es meistens an ja wenn dort viele knicke drin sind das ist also ein zeichen dafür dass es dann irgendwann auch nicht mehr lange hält dann kann man sie natürlich auch vorsorglich schon mal ersetzen so freunde wir sind fast durch jetzt gibt es noch die eine sache ich hatte ja über diese düse gesprochen warum ich die aus dem düsenstock nicht heraus schraube und zwar habt ihr hier zwei luftdüsen eine ist verpresst und eine kann man heraus schrauben und die schraube ich jetzt heraus und dann zeige ich euch warum ich die haupt düse im düsenstock drin gelassen habe nur so als kleinen tipp denn diese düse moment ich lege das jetzt noch mal nebeneinander diese düse ist von ihrer bauform her die gleiche wie die natürlich in einer anderen größe die größen stehen oben drauf die sind dort eingeschlagen manchmal kann man die aber nicht mehr lesen ja und deswegen könnt ihr so verwechslung vermeiden wenn man alle größen lesen kann seht ihr dass diese hier deutlich kleiner ist als die haupt düse und dann könnt ihr natürlich auch die haupt düse hier heraus schrauben aber ich bin der meinung in aller regel wenn die verschmutzung auch nicht zu stark sind und wenn ihr ein ordentliches ultraschallgerät und die richtige chemikalie auch verwendet dann wird dieses hier auch im zusammen montierten zustand ordentlich sauber ja gut freunde damit sind wir durch mit diesem vergaser wie immer gibt es von uns die bitte nein wir sind noch nicht durch entschuldigung wir müssen noch die die leerlauf gemisch schraube die schrauben jetzt noch aus sorry fast vergessen ihr benötigt auch hier einen gut passenden schraubendreher und die gemisch schraube könnt ihr wenn ihr möchtet das setup ermitteln indem ihr jetzt herein schraubt und mitzählt wie viele umdrehungen war sie denn draußen ich würde euch allerdings raten nach einer gründlichen reinigung des vergasers im ultraschallbad mit dem setup mit der grundeinstellung nach werksvorgabe zu beginnen diese ebenso wie den schwimmerstand findet ihr selbstverständlich wie immer in unserer video beschreibung also ich schraube die jetzt hier ganz raus und dann schauen wir mal wie viel hier mit herauskommt okay wir haben glück das ist ja alles draufgeblieben ich lege euch das hier mal separat hin so das ist die korrekte montage reihenfolge die schraube selbst darauf sitzt ein feder dann eine kleine scheibe und ein kleiner ohrring in den meisten fällen kommt nur die schraube heraus und der rest bleibt drin und dazu nehme ich hier dann wieder diesen haken gebogen aus dem draht einer büroklammer damit bekommt ihr dann auch die feder die scheibe und den ohrring heraus mit der kleinen taschenlampe noch mal kontrolliert und dann seid ihr fertig so jetzt sind wir aber wirklich durch also wie immer unsere bitte habt ihr dazu fragen wünsche anregungen oder kritik dann schaut euch nicht haut gern in die tasten schreibt eine mail oder einen kommentar darüber freuen wir uns immer ansonsten wünschen wir viel spaß beim schrauben viel erfolg beim projekt bis zum nächsten video